Ich habe alle Naturfarben zusammengelegt und alle Boutefarben zusammengelegt. Ich habe diese Sortierung ausgesucht, weil ich mit verschiedenen Daten arbeite. Und für mich persönlich würde ich eine andere Sortierung bevorzugen, sehr wahrscheinlich, denn ich kenne meine Kombination auswendig und ich greife automatisch darauf, wenn ich mein Make-up maximal schnell fertigstellen muss. Und so würde ich für mich eine fertige Kombination zusammenlegen. Also Natur- und Buntfarben zusammen, die in ein Augen-Make-up oder insgesamt in ein Make-up gehören. Wenn du ebenso feste Kompis im Kopf hast, dann wäre das Zusammenlegen, diese Kombination, glaube ich, das, was maximal auf deine Geschwindigkeit beim Make-up auswirken kann. Hast du aber viele Lidschaden und dazu auch die Lust auf neue Kombinationen bei jedem Make-up, also die Max-Experimente, dann wird dir eventuell diese Zuordnung Naturfarben gegen Buntfarben besser zusagen.